Ja, heide, nein, wo bleibt es denn? Immer muss die Petra zu spät kommen. Oh, da bist du ja. Sag mal, wir wollen doch anfangen. Ja, ich komme ja schon. Ich muss doch noch Äpfel glauben. Ja, also, jetzt komm rein. Hallo miteinander, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer diesjährigen Theaterprobe. Ja, weil dieses Jahr aber alles anders ist. Hallo, 1,50 Abstand. Reicht das nicht? Nee. Na gut. So besser? Ja. Ja, weil dieses Jahr aber alles anders ist, haben wir improvisationsweise für Sie das Stück Die Mühle im Tag vorbereitet. Und weil wir trotzdem eine super Theatertechnik haben, haben wir dieses Jahr einen besonderen Vorhang für Sie vorbereitet. Bring mal unseren Haken, können wir den Vorhang aufhinken. So, jetzt fällst du den Schrauber. Oh, ich komm schon. Ja, und jetzt brauchen wir noch einen Läuber. Hören Sie? Bring mal einen Läuber. Ja. Ja, das geht. Oh, ich lege ich jetzt noch. Ja, das ist aus. Keine Nummer machen. Cut! Cut! Und weil wir trotzdem eine super Theatertechnik haben, haben wir dieses Jahr einen besonderen Vorhang für Sie vorbereitet. Und zwar zwei hübsche junge Dame, die Ihnen sicher noch von vorherigen Jahren bekannt vorkommen müsstet. Genau. Auf jeden Fall können Sie sich überraschen, was Sie für Sie vorbereiteten. Und jetzt wünsche ich mir Ihnen ganz viel Spaß und bleibet sich gesund. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! 1,50 Meter! 1,50 Meter! Ja, stimmt ja! So. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klapp! Also, Frau Hallauf. Die Mühle im Tal. Christoph, das ist ein Drama. So bitte, die Mühle im Tal. Hallo. Ja, okay. Mach ich nochmal schnell. Nein, gut. Vorhin zu. Bist du bereit? Ja. Vorhin auf. Die Mühle im Tal. Ach, so muss ich sagen. So liebe ich das. Vorhin zu. Nächste bitte. Nächste bitte. Eint. Nächste Vorhin auf so. Du hast nichts gesagt. Von der Vorhin auf. Also, Vorhin auf. Was ist mit der Mühle? Ja. Eins, zwei, drei, lauf und eins, schlusser. Das ist möglich. Nochmal los. Was ist mit der Mühle? Ja, so. Noch ein bisschen meine Hüsten. Okay. Einen Witz. Se brengt. Se brengt. Ja, wenn du das brennt, dann kann man meine Action einlegen. Ja. Ja, sie brennt. Gehst du dich. Gehst du dich. Ja. Se brengt, se brengt. Ja. Warum muss ich nochmal sagen? Warum? Warum? Aber ich lege jetzt ein bisschen. Warum? Du sagst warum. Ach so. Warum? 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 Ja, aber nochmal zu der Action noch eher leicht besser. Okay? Nachher. Ja. Also, tschüss. 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 Ich habe vergessen. Entschuldigung, ich gehe noch mal raus. Das weisst du auch hier? Ja, da haben wir meinen und einen Spun. Bereit? Ja. Mein armer Vater. Nein, Vater. Vater. Du hast es dreimal geprobe zu sein. Vater. Das hört Gott zu deinem Wohl. Noch mal raus. Ja. Zu. Fahr halt auf. Ja, kommst du jetzt gleich? Mein armer Vater. Nein, Herr Schatz. Zeig dir. Geh. Jetzt sagst du, bald nehme ich. Fahr ihn zu. Jetzt fahr dich auf, okay? Okay. Also fahr halt auf. Die Mühle im Tal. Was ist mit der Mühle? Sie brennt. Sie brennt. Sie brennt. Warum? Das war jetzt doch ihr. Mein armer Vater. Und was soll ich tun? Uns eine Runde zahlen. Das ist los. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Eine Runde zahlen. Aber auch dein Höschen trug ein Höschen. Das war's für dieses Jahr. Corona bedingt fällt das als Theater leider aus. Es ist schon wieder Merkengrauen. Aber wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr trotzdem zu uns kommt. Vielen Dank für das Video schauen. Und tschüss bis nächstes Jahr. Tschüss.